was geht es gut zurück zu call of duty black ops 3 wie versprochen wir haben ja die 100 likes auf jeden fall getoppt in dem letzten video von encryptos mit den vorratslieferungen und habe ja gesagt desto mehr likes desto mehr vorratslieferungen und schalte mein wort wir haben die 100 geknackt und wir werden auf jeden fall in diesem video wieder mal 10 kisten öffnen für die leute die neu dazu gekommen sind noch mal nebenbei ich habe das so gemacht mit euch zusammen so zum veranstalten hier auf youtube das heißt wenn wir 200 likes treffen in diesem video werde ich auf jeden fall in dem nächsten video am nächsten samstag um 20 uhr genau insgesamt 20 kisten aufmachen das weitere werdet ihr unten in der video beschreibung durchlesen können auf jeden fall vorbeischauen jetzt fangen wir einfach mal an wir gehen zum schwarzmarkt und schauen uns das einfach mal an insgesamt 1433 kriptos habe ich gesammelt auf jeden fall ihr könnt noch mehr liken und dann gibt es noch mehr vorratslieferungen auf jeden fall zu sehen wir fangen einfach mal an mit den normalen vorratslieferungen wir machen hintereinander zehn stück schauen wir einfach mal was wir jetzt bekommen ich bin gespannt auf jeden fall kriptos eintauschen zehn stück auf jeden fall was passiert jetzt wir schauen uns das einfach mal zusammen an nun mal nun mal und wieder mal nun mal das war jetzt nicht so gut aber jetzt gibt es eine zweite chance auf jeden fall wir schauen mal was jetzt passiert ich bin gespannt nun mal nun mal und wieder mal nun mal kann doch nicht wahr sein wir müssen weitermachen das dritte mal wir gucken uns das einfach mal an was passiert jetzt ich bin gespannt ich hoffe ihr auch und selten viel liebe auf jeden fall aber das werden wir irgendwann mal anschauen wir gucken uns einfach mal seltene tarnungen an so und jetzt gucken wir einfach mal weiter was passiert jetzt die vierte kiste was passiert was passiert nun mal selten schade auch wieder nichts fünfte kiste bitte 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 haben jetzt glück ich hoffe ich hoffe ich hoffe es nun mal ja längender oh shit die gucken uns auf jeden fall jetzt mal an brandfackel xm 53 tarnung legen der legen der leute guckt euch das einfach mal an brandfackel das gucken wir uns zusammen an und deswegen gehen wir einmal kurz raus und gucken uns das einfach mal zusammen an klassen wir die tor und dort tun wir einfach mal die panzerfaust rein und zu gucken was bekommen wir denn hier und jetzt gucken wir einfach mal auf tarnungen dann gehen wir auf schwarzmarkt und diese tarnung haben wir bekommen die haben wir zu guter letzt bekommen glaube ich aber die hier haben wir jetzt bekommen die brandfackel naja auf jeden fall bedürfnis fisch mir gefällt die nein ja schreibt mal in die kommentare wie ihr die panzerfaust tarnung findet also ich naja so schwarzmarkt die sechste kiste aufmachen ich bin gespannt bitte 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 und normal und wieder normal heute mal nicht so viel glück auf jeden fall die siebte kiste gucken gespannt ihr auch selten oh shit selten normal prophet himmelkopf das schauen uns jetzt an das war ja die siebte kiste danach kommt die achte das müssen müssen wir uns auf jeden fall merken und jetzt gucken wir einfach mal bei spezialisten und dann gucken wir mal bei prophet den stellen wir einmal kurz ein dreieck drücken jetzt schauen wir uns das einfach mal schwarzmarkt das ist es so sieht das aus das gute stück himmel kopf himmel sieht auf jeden fall cool aus also besser als diese dinge hier auf jeden fall okay der sieht auch cool aus darüber kann man auf jeden fall diskutieren und zanken also das hier oder das ich finde auf jeden fall das rote immer noch besser wir machen jetzt die achte kiste auf ich bin gespannt auf jeden fall schwarzmarkt achte kiste viel glück die kiste geht auf wir müssen jetzt warten normal normal und wieder normal jetzt kommt die neunte die vorletzte ich hoffe es und 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 ich gucke mich hin selten ich habe doch geguckt oh shit selten sonnenschein auf der m8 das müssen wir auf jeden fall gucken aber ich glaube dennoch die ist gesperrt und ich habe die frei gemacht das werden wir jetzt auf jeden fall zusammen kontrollieren sonnenschein heißt sie und deswegen gehen wir klassen die tüte und schauen uns das einfach mal zusammen an so ich weiß jetzt einfach mal die waffe hier weg und dort tun wir jetzt mal vom sturmgewehr die waffe hinein natürlich hier hnod für hoch number one dollar und einfach mal richtig nice jetzt wählen wir die aus dreieck tarnung schwarzmarkt und jetzt gucken wir mal wo wir die finden hier das ist die sonnenschein tarnung auf jeden fall richtig link der episch gefällt mir schreibt mal in die kommentare wie ihr die findet also ich finde die einfach mal die m8 sieht cool aus geile scheiß und jetzt gehen wir einfach mal wieder zurück zu schwarzmarkt und schauen uns zu guter letzt die zehnte kiste an so was passiert was passiert normal episch oh shit oh shit leute guckt euch das einfach mal episch von der webel tarnung sturm die gucken wir uns auf jeden fall an die müssen wir uns angucken dann das war die letzte kiste aufgepasst so wo finden wir die am besten ich suche die ganze zeit hier dort haben wir sie und dort wählen wir jetzt mal die tarnung aus um zu gucken was gibt es denn da schwarzmarkt tarnung hier ist sie sturm die ist doch cool da muss man einfach mal sagen die ist cool auf jeden fall richtig episch geile scheiß so leute weil ihr so fleißig dabei seid zu liken zu abonnieren und meinen kanal sowas von unterstützt und von meiner seite aus einfach mal eine dankbarkeit entgegen gekommen wird zeige ich euch einfach mal die elfte kiste die elfte kiste und das macht man einfach mal so als prinzip weil ihr die korrektesten abonnenten seit auf der ganzen welt deswegen let's go für die abonnenten bitte geile sachen und jetzt schon irgendwie einfach mal was gibt es denn und dennoch normal 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 aber vielleicht ist beim nächsten video was besseres dabei deswegen vergisst nicht zu abonnieren zu liken und ich hoffe euch hat das allgemeinsten gefallen das video wenn das der fall ist ihr wisst bescheid ich bin jetzt erstmal raus und der schwarz macht händler auch bis zum nächsten mal am samstag 20 uhr bis dahin bleibt gesund haut rein und tschüss bis zum nächsten mal am 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 Untertitelung des ZDF, 2020